Hallo und willkommen zu meinem dritten Blog-Eintrag, heute am Donnerstag, den 15. oder 16. Egal, ein Freund von mir hatte beim letzten Video-Blog, in dem es darum ging, was meine Trennung von meinem Lehrer für mich bedeutet. Ich möchte wissen, was genau die Trennung für mich bedeutet und ob man nicht immer gleichzeitig getrennt und verbunden ist. Die letzte Frage ist dann, ob es um einen Wechsel der Ideale geht. Vielleicht ist das wahr, vielleicht geht es um einen Wechsel der Ideale. Das Ideal mit einem Meister ist, dass dieser Meister tatsächlich verbunden ist mit dem, was für einen selbst vielleicht das heiligste oder das höchste Ziel der Menschen ist. Natürlich heißt das immer das höchste Ziel für einen selbst. Und jetzt ohne Meister könnte man vielleicht sagen, ist das höchste Ziel das, was zwischen uns geschieht, was zwischen uns zu Vorschein kommt, was zwischen uns die wichtigste Rolle spielt. Also ja, man könnte vielleicht von Idealen sprechen. Wenn Ideale die Werte sind oder darstellen, die tiefsten Werte, die wir haben, dann würde ich das sagen. Es hat sich eine Werteverschiebung gemacht, ein sogenannter Paradigmenwechsel in hochsprachigem ESO-Language. Ja, dieser Paradigmenwechsel hat damit zu tun, dass die Autorität nicht mehr projiziert wird, auch nicht nach innen. Vielleicht klingt das ein bisschen komisch, aber anders kann ich es im Moment nicht ausdrücken. Es ist der Wertewechsel von einer Betrachtungsweise, wo die Hierarchie zusammenhängt mit Macht, mit von Gott gegebener Macht oder wie auch immer, zu einer Hierarchie, in der die Werte wirklich die oberste Rolle spielen. Was ist da jetzt der Unterschied, wenn ein Guru hohe Werte hat und man selber auch und die Werte sich treffen, warum sollte man keinen Guru haben? Ich denke, das wirklich Gefährliche, das ist dramatisiert, aber ich lasse es mal so stehen, das wirklich Unangenehme bei so einer Betrachtungsweise mit, in der man sich einem Guru verpflichtet, ist die, dass man für einen nicht unwesentlichen Teil, weil es geht ja um die Essenz des eigenen Daseins, die Bewertung, was geht und was nicht geht, aus der Hand gibt. Also man sagt quasi auf die eine oder andere Art und Weise, das, was der Guru, der Lehrer, der Meister hat und weiß und sieht, ist besser bzw. weiser oder mehr wirklich angepasst an das Leben als das, was ich habe. Und da genau liegt der Fehler. Das, was wir erkennen, können wir natürlich nur erkennen, weil wir Augen haben. Die Augen sind hier. Mit meinen Augen sehe ich. Nicht, dass sie mir gehören, was für ein Unsinn, mir gehört nicht der Körper. Aber die sind dennoch meine Augen. Es sind die einzigen Augen, mit denen ich sehen kann. Solange wir noch nicht irgendwelche anderen Geräte haben, Peripheriegeräte, die wir in unser Hirn stäpseln können, sind das die einzigen Augen. Und das einzige Bewusstsein, mit dem ich Entscheidungen treffen will, ist natürlich auch hier. Wiewohl ich nicht sagen würde hier. Hier ist Bewusstsein, hier ist Bewusstsein. Das ist überall. Und es ist auch zwischen uns. Ja, die Ideale haben sich gewechselt. Das Ideal ist jetzt, dass ich glaube, dass wir Menschen untereinander, miteinander, alles finden und erfinden müssen, was wir brauchen, um diese Welt zu einer besseren zu machen. Das Ideal ist jetzt, dass wir Menschen untereinander,